So, hier habe ich das ganze Fleisch und die Supplemente gut miteinander verrührt, dass das so ein einheitlicher Brei wird und um das zu portionieren, nehme ich hier diese Schüssel. Dort fülle ich dann immer aktuell für den Leo 100 Gramm ab, weil er noch sehr klein ist, hatte einen hohen Energiebedarf und wie viel eure Katze bekommt, ja das berechnet auch der Kalkulator. Dort könnt ihr eingeben, wie schwer die Katze ist, wie aktiv die Katze ist und der Kalkulator berechnet euch dann die Fleischmenge pro Tag. So, gutes Gelingen!